ein gebäude und eines was in fast jeder stadt fehlt ich finde es gehört einfach rein was das für ein gebäude ist wo ich sie habe all das gleich nach dem intro servus und hallo ich bin der brück für ein wiener und heute heute haben wir wieder ein gebäude vor uns ich habe gesagt es gehört in jede stadt wenn ich beide können in der stadt das ist ganz klar aber vor allem dieses hier ich zeige es euch mal von vorne ja auch da könnt ihr noch nicht genau sagen was es für eine system sage ich es ist ein bekleidungsgeschäft ich kann mich jetzt nicht erinnern wirklich so viele bekleidungsgeschäfte schon als modula gesehen haben deswegen rein in jede stadt und klamotten braucht grundsätzlich jeder ihr fährt sich jetzt wahrscheinlich fragen okay und was macht der tisch da vorne dazu komme ich dann noch ein klitzekleiner kritikpunkt an dem set so wir fangen mal an mit einem ganz ganz dezent kleinen kanon g star 89 131 ist die set nummer von diesem set wir reden über 3065 teile und haben eine uvp von circa 140 euro also uvp ist gut gesagt ist halt bei den ganzen chinesischen herstellen immer etwas schwierig zu sagen je nachdem wo man es bekommt hier die rückseite nicht wirklich sonderlich umfangreich sage ich einmal bei detailaufnahmen und das war es eigentlich ihr werdet sich übrigens fragen okay wieso sind sowohl auf der vorderseite als auch auf der rückseite man sieht hier diese weißen sticker drauf die erklärung ist ganz simpel ich habe das set bei marcus von der klemme gekauft wie er den total abverkauf gehabt hat und marcus hatte ja schon vor einiger zeit also nicht nur marcus aber einige hatten ja vor einiger zeit schon nur probleme mit lego in bezug auf das 3d markenrecht von den minifiguren und da hat er damals seine chinesischen kontaktpersonen angesprochen hat sagt leutchen nehmt sie minifiguren bitte raus und am karton bitte tut es unkenntlich machen ich suche jetzt nur gerade wo ich die anleitung auf die schnelle hingelegt habe ich bin natürlich mal top vorbereitet nämlich gar nicht jaja natürlich egal ja und das ist der grund warum hier eben auf der verpackung in den minifiguren abgeklebt sind da ich jetzt die anleitung leider mir nicht hergerichtet habe warum weiß ich nicht aber es ist tatsächlich so ich habe sie wirklich nicht griffbereit schande über mich große schande über mich aber ja sorry dafür ich gebe euch die wichtigsten infos blende ich euch unten ein von wegen wie viele bauschritte und so weiter die anleitung selber ist ohne große schwierigkeiten aufgebaut man sieht wie man es gewohnt ist immer was brauche ich wo brauche ich es ein bereits gebautes wird ausgegraut es ist brick bild es ist system bild es ist keine technik drinnen und damit es ist auf dem karton steht 8 plus mit dem gehe ich absolut konform das passt ich würde sogar sagen wir mal 6 plus sagen wenn man vielleicht jetzt nicht das als allererstes set hernimmt für kinder aber sonst passt alles die steine die hier verwendet werden kann ich euch jetzt auswendig nicht sagen von welcher marke die sind da bin ich leider nicht dahinter gekommen von der qualität her könnte ich mir allerdings durchaus go vorstehen ich bin mir nicht 100 prozent sicher wenn es wer weiß bitte schreibt es in die kommentare gut damit hätten wir soweit die wichtigsten facts abgeklappert das einzige ich glaube den preis habe ich habe noch nicht genannt circa 140 euro wie gesagt je nachdem wo man es bezieht markus ist leider nicht mehr möglich die klemmer gibt es ja seit 31.12 nicht mehr und bis es einen neuen laden aufmacht wird es auch noch ein bisschen dauern und da ist sowieso dann das hauptaugenmerk brettspiele gut aber schauen wir uns das ding jetzt einmal genauer an ähm der erste wirklich große massive kritikpunkt den ich habe den ich an vielen modulars habe wenn man sich das ganze nämlich hier von der seite anschaut man sieht es hier ähm sind acht reihen beziehungsweise wenn man hier dieses diesen vorsprung ein bisschen abrechnet sind zumindest sechs reihen die nicht genutzt werden warum warum tut man das man verschenkt potenzial ich finde es extrem schade vielleicht nicht ganz bis am ran okay damit lasse ich ja reden aber zwei reihen dann hat man immer noch vier bis sechs reihen die man füllen könnte wo man die räume ein bisschen größer machen könnte ich finde es schade ich finde es wirklich schade aber ja das live was wir auch hier gleich sehen hier sind die typischen technik bricks drinnen mit dem loch damit man hier natürlich per pin äh das mit anderen modulars verbinden kann ähm ja wenn wir uns das ganze mal von außen anschauen die seitenflächen sind wie immer komplett plan klar das soll ja die anderen gebäude ran ähm die vorderseite die finde ich wirklich schön gemacht man hat schön viele details ich schiebe das jetzt mal kurz ein bisschen auf die seite ist ja ein bisschen besser noch hinsehe wir haben die typische straßenlternte wir haben einen kleinen baum der hier eigentlich filigran wirkt es aber gar nicht so ist es relativ stabil eigentlich ähm aufgebaut vom stamm her auch die einzelnen verästelungen sind eigentlich gut aufgesteckt ähm dadurch dass der allerdings auf einem drehbaren drehbaren pin sitzt beziehungsweise ja es nicht genügend reibung ist dass er sich trotzdem drehen kann schaut auch filigran aus ähm eines beim aufstecken dieser bluenstängel dieser dreier stängel muss man ein bisschen vorsichtig sein manchmal gehen sie ein bisschen strenger hinein und da ist es mir passiert dass bei zweien je ein einer dieser stängel abgebrochen ist ich habe ihn allerdings so gebaut dass wenn man nicht weiß wo diese bruchstellen sind merkt man es nicht und dadurch dass die sowieso nicht alle mit blättern und blüten belegt sind fahr jetzt auch nicht wirklich auf jo ähm wir haben hier einen kleinen balkon hier einen großen balkon äh wir haben ein schönes dachfenster gebaut ähm wir haben das eingangsschild dieses soll übrigens beklebt werden links und rechts da kommt äh clothing store drauf ebenso die großen fensterscheiben hier vorne beziehungsweise die eine hier auf der seite äh da kommen auch sticker drauf ich habe selbiges nicht angebracht äh da wäre ich mit unserem vereins obmann reden obmann stellvertreter mit dem peter reden der hat ja einen uv drucker ähm da haben wir die bedruckt ähm was haben wir noch ja ja dazu komme ich dann später wenn wir zu dem punkt kommen es gibt auch bedruckte steine drinnen dazu komme ich aber später noch ich habe gesagt das ganze ist ein modular ist es wir nehmen mal die oberen stockwerke weg es wird gleich dieses schild herunter kippen weil es das nicht ganz hundertprozentig plan aufliegt ihr seht das es drückt sich schon nach oben das heißt ich nehme es gleich runter damit es sich dann runter fällt so wir haben hier jetzt das erdgeschoss mit im prinzip dem klamottenladen und ähm ja ich nehme mal an das dürfte so der privatkundenbereich sein man hat hier eine kleine küche beziehungsweise sitzgelegenheiten ähm und eine treppe nach oben ähm eigentlich sollten ja alle minifiguren draußen sein sind sie in dem fall nicht ganz die minifiguren die wirklich mit gesicht und so weiter daher kommen die sind herausgenommen worden es sind aber hier noch vier figuren drinnen die kleider pupen darstellen die sind drinnen gelassen worden ob das jetzt vergessen wurde oder ob das mit absicht drinnen gelassen wurde kann ich euch nicht sagen so aber wir wollen jetzt zur tat schreiten und euch das ganze ein bisschen zeigen so also hier in dem bereich ist der große verkaufsbereich und ihr seht hier schon eins zwei drei und die vierte befindet sich hier unten in der ecke von ähm von den klamotten die sie anhaben haben wir einmalseits äh das ja entweder so geistmäßig oder äh was ich nicht hip hop keine ahnung ich kann es nicht genau definieren das dürfte auch als graf dracula verschnitt sein hier hoppala eins zu weit hier haben wir einen typischen feuerwehrmann und äh der letzte kleine der hier unten in der ecke steht das dürfte auch so richtung äh skate oder so weiter gehen wobei da interessant ist wenn man sich die den ohrkörper anschaut ist das eher so richtung arzt gehend aber mit dem käppchen ist es eher richtung so skate und so weiter also interessante mischung wir haben dann natürlich hier unten den kassabereich wir haben zwei sesseln und jetzt komme ich auch zu diesem kleinen tisch den ich euch vorher schon gezeigt habe grundprinzip ist interessant gebaut warum weil ähm man hat hier im prinzip zwei sesseln hergenommen die verkehrt eingesetzt mit lade dargestellt mit lampe dargestellt und so weiter nur es ist hier unten natürlich dann keine möglichkeit mehr dann irgendwo zu fixieren das heißt den stellt man einfach nur auf die fließen aus das problem an der ganzen sache ist jedes mal wenn ich das gebäude bewege oder hochhebe oder sowas rutscht der oder fliegt der quer durch die genung das finde ich leider sehr schade vom bau her finde ich den tisch cool aber wie sie ihn eingesetzt haben leider deswegen stand ja auch draußen was wir noch haben und ich finde das cool das erste das erste teil das eingebaut haben wenn wir noch mal schauen unter dem geist sie popper haben sie tatsächlich eine kleine umkleide kabine gebaut nettes detail gehört natürlich einen kleinen laden rein logisch aber ich finde es cool dass sie wirklich daran gedacht haben wenn man das ganze jetzt auf diese seite drehen also in den sage ich einmal privat bereich haben wir wie schon erwähnt hier diese kleine sitzecke das dürfte übrigens so ein cocktail sein da ist nämlich eine kirsche oben drauf ja unter der treppe man wird es jetzt nicht leicht erkennen oder man kann es ein bisschen erkennen unter der treppe man sieht hier ein bisschen die pfanne das ist so ein kleiner küchenbereich nämlich eine kleine kochzeile und eben dann der treppenaufgang hier das ist im prinzip ein kleiner durchgang der dann seitlich zur gerade durch zur türe führt wo man dann eben diesen zweimal privat bereich kommt es ist keine türe drinnen gehört keine ist so oder nein nein nicht nur dass ich die anleitung nicht dabei ich bin ja blind nein es ist eine türe drinnen nur die war aufgekippt und ich habe sie von der seite nicht gesehen natürlich ist eine türe drinnen die ist allerdings sehr sehr lose das heißt sie klappt leicht auf außer sie ist ganz zu dann hält sie interessanterweise irgendwie ist das nicht ganz mein tag heute aber egal wir haben auf der seite da mache ich ein ein foto weil das kann ich euch so leicht in die kamera halten dass man es gut erkennt eine uhr allerdings nicht diese typisch runde uhr die man aus anderen sets kennt sondern nein es ist eine zweimal dreier fließe wo eine uhr eine runde aufgedruckt ist ja das ist ein druck genauso der 100 euro dollar credits whatever schein liegt bedruckt auf dem dresen soviel zum erdgeschoss hier auf der rückseite haben wir noch die hintertür und eine kleine tür die unter das stiegenhaus führt ja keller gibt es in dem fall keinen ich habe auch bisher nur ein einziges module erlebt wo ein keller gebaut wurde und das war die birch buchs von lego ich kenne sonst kein anderes wo ein wo ein keller gebaut wurde so wenn wir jetzt das zweite geschoss her nehmen das mit den beiden balkonen haben wir natürlich einerseits hier dieses nochmal gezeigte schild ich finde es grundprinzipiell echt cool gebaut mit dem hexenhut mit dem kürbis und das coole bei dem kürbis ist ja der ist tatsächlich ausgeschnitzt da ist tatsächlich ein gesicht hineingeschnitzt finde ich cool halloween lässt grüßen und wir haben zwei angedeutet also links und rechts jeweils eine angedeutete spotlight lampe und eine kette damit das dann nicht herunterfällt hier in diesen beiden noppenöffnungen kommt dann das schild hineingesteckt so wenn wir uns dieses stockwerk anschauen fällt uns gleich einmal eines auf was ich auch bei vielen und vor allem bei lego bei den modulars kritisieren und ich habe mir eine gewisse angeschaut ich bin auch nicht der einzige da ist nichts mehr gefließt also hier ist auch wirklich nur das erdgeschoss gefließt alles was drüber ist da werden fließen geflissentlich übergangen ja aber es ist auch in dem fall nur mehr ein raum wir haben wir haben das ganze jetzt so kippen ich lasse das schild einmal da oben liegen ich freue dass man doch gegenfliegt wir haben hier unten den treppenaufgang dann haben wir hier oben ein bett wir haben dann hier einen gebauten kamin den zeige ich euch dann von der anderen seite dass man besser sieht dann eben den couchsessel vor dem kamin eine kleine lampe ein kleines tischchen dabei pflänzchen neben der treppe äh bett habe ich auch schon gesagt und hier oben in der ecke öps hier oben was ist ja sorry ähm ein klavier gebaut und ja die tasten sind auch auf einer einmal vierer fließe bedruckt druckt so der kamin wups andere richtung gekippt ist hier hinten und auch hier dieses bild was da drin ist ist ein druck ja und zum thema druck wenn ihr euch die fenster anschaut man kann es ganz gut hier auf der seite sehen wenn ein gelber hintergrund ist von der fließ äh von der mauer dahinter werdet ihr so ein gittermuster sehen auf dem fenster das ist auch ein druck also alle diese kleinen fenster im ersten stock sind mit diesem gittermuster bedruckt nochmal zur rekapitulation die schaufensterpuppen sind bedruckt die fenster sind bedruckt die bilder sind bedruckt das klavier ist bedruckt die uhr ist bedruckt auch oben die fenster sind bedruckt hier mit schwarz gitter hier oben auch mit weiß gitter aber die drei scheiben und das schild sind sticker warum ich mag diese mischungen nicht entweder nur sticker oder nur drucke aber diese mischungen warum mischen wenn ich schon drucken tue und kann ja dann druge ich doch alles wäre doch schlauer aber gut ja viel mehr spielt sich in dem stockwerk nicht ab hier auf der seite hat man dann noch ein bisschen Pflanzenbewuchs als gleiche Deko hier übrigens links und rechts jeweils ein weißer Frosch weiß nicht rosa nein kein WSE Frosch normaler Frosch ja viel mehr tut sich in dem stockwerk dann auch nicht mehr so dann haben wir eigentlich nur mehr das Dach vorne schräg hinten gerade wir haben drei schöne sieht man eher von der seite drei schöne Schornsteine das ist der Hauptschornstein der von dem Kamin ganz unten Mittelstock bis nach oben geht und diese beiden sind für die beiden Dachgeschossräume die natürlich auch beheizt werden wollen das Dach selber ist übrigens sehr interessant gebaut ich habe es irgendwie gefeiert weil ich es jetzt ein bisschen übertrieben gesagt aber ich finde es echt interessant gebaut weil es sind keine normalen Slopes die hier verwendet werden es sind Plate Modified mit diesen Fahnenelementen das heißt Plate Modified wird gebaut Fahne wird eingeklipst und dann nach unten gedreht und damit wird die komplette Schräge wie bei echten Dachzielen die auch übereinander gelappt sind dargestellt finde ich eine echt coole Idee schön gemacht man kann bei diesem oberen Stockwerk bei den beiden Bereichen jeweils die Rückwand leicht herausnehmen so ein kleines Stück und dann kann man da hinein sehen da ist im Prinzip ein bisschen so eine Abstellkammer mit kleinen Köfferchen drinnen hier einen kleinen Schränkchen mit einer Kerze drüber und da finde ich auch ein super süßes Detail Sie dürften vergessen haben die Kerze zu löschen weil man sieht dass ein bisschen Wachs über die Kante von Kastel fließt nettes süßes Detail sehr sehr cool ja mehr gibt es hier in dem Bereich nicht der andere Bereich der ist etwas größer ich reiß da gleich die Verziehung oben ab den Spitz so so auch hier wie gesagt kann man die komplette Wand herunternehmen und hier wenn man sieht hat man einerseits hier in der Ecke einen gebauten kleinen Ofen der leider nicht ganz hundertprozentig von der Klemmkraft her ist wir haben im Hintergrund wieder ein gebautes Bett und ganz hinten noch zwei kleine Kasteln mehr ist auch hier nicht zu sehen aber die Räume sind zumindest nicht leer und natürlich auch hier nichts gefließt jo und weil ich es vorher auch nochmal erwähnt habe ja hier sieht man schön wenn man die Dachgeschossfenster sich anschaut hier sieht man auch wirklich schön dieses weiße Gittermuster jo das zu diesem Gebäude so alles schön zusammenstellen und in aller Pracht nochmal sich anschauen jo soviel zum Bekleidungsgeschäft es war vom Bau her ja wie ein normales Modular keine großen Schwierigkeiten noch die Anleitung wirft keine großen Fragen auf eigentlich so gut wie gar keine wie gesagt 8 plus steht 6 plus würde ich durchaus geben wenn man jetzt nicht unbedingt das als allererstes Set hernimmt aber überhaupt keine Sache nette Nebenbeschäftigung man muss sich nicht hyperkonzentrieren also geht ganz gut von der Hand jo was sagt sie dazu Bekleidungsgeschäft in der Stadt ja oder nein habt ihr eine Stadt was fehlt euch in eurer Stadt noch schreibt mal das in die Kommentare würde mich auf jeden Fall freuen und bis zum nächsten Mal wir sehen uns im nächsten Video im nächsten Livestream oder auf einer der Kommentenausstellung und bis dahin habt eine schöne Zeit und bleibt unserer Komödie treu euer Brickfan mien mien